Auch dieses Jahr organisierte der MSC Eichwald eine perfekte Veranstaltung. 20.000 Besucher machten sich vom 5. bis 7. Juli 2024 auf den Weg nach Eichwald. Auf der 1755 Meter langen Naturstrecke zeigten die Motocross Cracks in den verschiedenen Klassen ihre Fahrkunst bei spannenden Rennen. Sämtliches Renngeschehen auf der Rennpiste wurden von den Streckensprechern Pascal Greco und Manuel Wagner kommentiert. Das Motocross Eichwald bot auch ein tolles Rahmenprogramm abseits der Strecke an. Dieses Jahr bot der MSC auch ein Public Viewing an. Gezeigt wurde das Viertelfinale Deutschland gegen Spanien. Auf zwei Videowänden wurde das Spiel für tausende Fans übertragen. Bekanntlich verlor das deutsche Team das Spiel, aber nach kurzem Frust startete die MSC-Partynacht. Freitags gaben die Vips Vollgas und samstags stand das Hofbeuregiment auf der Bühne und ließ es mächtig krachen. Alle Besucher fühlten sich wohl in Eichwald und das Gastro-Team sorgte dafür, dass es dabei auch blieb. Rundum war das Motocross Eichwald wieder ein großer Erfolg des besten Teams der Welt. Sind Sie wieder dabei, wenn es 2025 heißt? Ausmerk Eichwald! Ausmerk Eichwald! Ausmerk Eichwald! Ausmerk Eichwald Ausmerk Eichwald Ausmerk Eichwald